Ich schreibe morgen einen Test. Während dafür, sonst walt ihr durch. Ich habe einfach ein paar Sachen mit Babchen. Wollt ihr? Oh, danke schön. Was ist mit dir? Keine Ahnung. Wie keine Ahnung? Das ist einfach. Einfach einfach. Was ist denn so schwer? Ist doch einfach. Einfach einfach. Okay. Und? Was ist denn so schwer? Hallo? Wie ist deine Klausur ausgefallen? Hallo, Papa. Hallo, Mama. Wie geht's euch so? Weiß der Frage nicht aus. Antworte einfach. Ja, also... Mama, bitte sein. Sie war okay, aber sie ist nicht so gut ausgefallen. Also... Jaja, jetzt red nicht um den heißen Brei. Mach mal jetzt. Sag jetzt die Note. Vater, also... Es war eine 1 minus. Aber der Test war auch wirklich schwer. Aber wir haben morgen noch einen neuen Test. Und der kann dann unsere Note besser ausgleichen. Ich verspreche dir. Ich habe schon sehr lange dafür gelernt. Und die wird wirklich... Ich bin echt enttäuscht von dir. Ich bin echt enttäuscht von dir. Ich verspreche dir. Du machst es besser. Nächstes Mal gibst du dir mehr Mühe. Ja, also... Ja, was ist das denn jetzt? Irgendwie wieder eine Sperm-Nachricht, man. Hey, war dein Tag? Scheiße, wegen der Klausuren. Oh, stimmt. Ach, sie war so scheiße. Ja. Ey, du siehst ein bisschen... ein bisschen krank aus. Ich fühle mich auch krank. Also ich glaube, da entwickelt sich was. Das Mittagessen war aber sehr gut. Sehr vitaminreich. Hast du was davon gegessen? Ja. Sicher? Ja. Und du zeichnest? Ähm... Das sind einfach ein paar meiner Gedanken. Du kennst mich ja. Nix Wichtiges. Ganz schön spät geworden, oder? Ja, willst du nicht schlafen gehen gleich? Doch, ich bin extrem müde. Ja gut, weil ich werde mich auch im Bad fertig machen. Also lass dich nicht stören von mir. Ja, nimm deine Zeit. Ja, okay. Tschüss. Nein. Mach deinen Scheißzwecker aus. Die ganze Zeit sitzt du hier. Warum sitzt du da? Warum lernst du? Für was? Für den Test natürlich, den wir heute schreiben. Wovon redest du eigentlich? Was für ein Test? Ja, hier Chemie. Der Lehrer hat uns vertagen Bescheid gesagt, Mann. Warum sagst du mir nichts? Ich dachte, wir wären Freunde, Mann. Mann, ich dachte, du weißt davon Bescheid. Mann, ich dachte, du weißt davon Bescheid. Ja. Wo seid ihr eigentlich? Ah. Kommt ja lange da. Ja. Oh ja. Wir haben verschlafen. Wir haben noch den Test gelernt. Ah. Arbeit zu tun. Ah, stimmt. Wie ist das so, ne? Ja, genau. Bist du momentan unglücklich und willst zum täglichen Stresshut kommen? Dann ist dies deine Möglichkeit. Drücke hier. Pssst. Guten Morgen. Was machst du? Was ist los mit dir? Hm? Was meinst du? Hörst du nicht die Vögel singen? Was ist denn? Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Na? Ja. Ja. Hörst du Barad? Ja. Hörst du hier alles gut mitzuschalten? Ja. Ja. Auf jeden Fall müssen wir uns jetzt los und kommen zu spät. Ach Gott, schau. Ach Gott. Ach Gott. Ding. Barad. Jetzt komm. Wow. Lecker. Wow. Geil. Welche soll ich nehmen? Ich weiß es nicht. Okay. Das ist gut. Ja. Es sieht mir hier aus. Kommen wir zu dir? Hä? Chirille? Ja. Seit wann... Hä? Seit wann ist du Donau? Immer? Was ist mit zwei? Ist gut. Was ist los mit dir, Barbara? Seitdem wir auf dem Zimmer sind, bist du so komisch. Mh. 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 Tja. 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 Sieht so gut aus, hm? Naum, hast du eigentlich noch mein Buch? Ja, ja. Dankeschön. Wann ziehst du eigentlich deine Jacke aus? Was meinst du? Ist doch für Warnung. Guten Morgen, liebe Schönerinnen und Schüler. Guten Morgen, Herr Durf. So, ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Wir schlagen unseren Test heute. Aber ihr seid genau da, bitte euch das Achtung. Aber ihr seid bestimmt, dass ihr vorbereitet seid, oder? Danke. Gerne. Dankeschön. 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 So, und jetzt? Viel Erfolg. Danke. Der Test heute war wieder nicht gut. Hallo Papa. Hallöchen. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Und dir? Danke. Ja, auch gut. Hast du heute in den Kest geschrieben? Wie liefst du? Ja, deswegen habe ich angerufen. Ich habe, glaube ich, wieder... Ich habe echt ein ungewöhnliches Gefühl. Ich glaube nicht, dass er so gut ausgelaufen ist. Tut mir leid. Wirklich. Ja, aber das ist gut. Du brauchst dir gar keine Sorgen darüber machen. Noten sind nicht so richtig. Okay. Danke. Ja. Dann hab noch einen schönen Eierabend, ne? Ja, danke. Dir auch. Danke. Tschau euch lieb. Tschüss. 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 Ich bin Emily. Ich bin Lucy. Ich bin Lucy. Wir machen heute... Wie heißt es uns? Gut, gut. Tschüss. Das war's. Ja, reich, reich, reich. Tschüss. Wie ist es da? Wollt ihr was von Edeka? Das magische Bäckerei Zwischen mir und dich Das magische Fisch Das magische Bäckerei 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 Wirklich? Habt ihr nicht eine gute Szene gedreht bis jetzt? Ja Ihr dreht seit einer Stunde Oder länger Okay, dann machen wir jetzt Hallo Weg! Raus hier! Raus! Egal Du wirst hier in die Kälte raus gemacht Ja Wer ist dafür verantwortlich? Wer hat es gesagt? Alle Alle? Ja Die waren sich also alle einig, dass du rausgeschmissen bist Das ist eine Schnauze, wir drehen Ey ich hab Das war dann jetzt hier am Donut fressen, so wie war Weil man kennt ihn nicht anders, oder? Mh, Mh, Mh Ich hab's auch Hallo zu den Kameras Unsere Tonmeisterin Nere Toast Toast Wuuu Fünfte Karte Ja Warte 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 Das ist unsere Eins Warte, ich muss fokussieren Das ist ein unserer Hauptcharakter Warte, lass mal Gezoomen Nein, hast du nicht Sieht wunderschön aus Warte Warte Backenfel Dann Hilfe Oh Zuzang. 1 1 2 3 1 2 3 5 5 5 6 5 5 7 8 9 10 11 11 11 11 15 15 15 15